Alles gut. Hallo na. Moin Freunde. Was geht ab? FIFA. Neue Runde, Neue Stunde oder was? Oh, ich bin nicht so begeistert mehr. Zwei Siege in Folge. Marvin, du musst aber erstmal auf diese 15 Siegesstufe kommen. Ja, dann gehe ich jetzt hin. Ja, dann sind aber nur 13 Siege die Fähne. Dann gehe ich jetzt hin. Und da darf kein, ne, unterbrochen. Was? Keine Unterbrechung dazwischen. Ja, würde er auch nicht sagen. Pass auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gutes Team. Italien-Kalzioa. So, guck mal, ich habe aber deinen Beruf benutzt hier. Deswegen versuche ich das jetzt auch einfach mal gut. Aber bei meinem Lieferglück, das ist jetzt gleich wieder... Du klaust mein Cheat. Eins, zwei, ja, deswegen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Deswegen wäre das jetzt auch nicht zehn. Guck. Oh, ich habe schon keine Lust mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komm weiter. Zehn. Ja, ich weiß. Was ist das denn? Was ist das für ein Logo? Das ist Lazio Rom oder nicht? Oh, tatsache. Aber guck, guck dir doch mal das Logo. Wieso soll ich wissen, dass das Lazio ist? Das ja. 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 Bist du also nicht fußgebild? Da ist das. Hm, darf ich da nicht? Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Alter, was ein... Das ist so schlimm. Ach komm. Bringen wir diesen Scheißhaufen endlich zu Ende. Meine Fresse, ey. Ja, guten Tag. Wirst du wieder da? Meine Güte, ist das ein Dreckskrimier. Die Stimmung ist gut. Was machst du jetzt hier? Döddelst du nur hinten rum? Oder? Ganz ehrlich, welcher Europäer denkt sich Melbourne Victory FC auf die habe ich Bock? Vielleicht einer, der aus... Niemand. 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 Okay, wenn wir hier einen finden... Ja, natürlich schreiben das jetzt zwölf Leute in die Kommentare und sagen, ja, das ist mein Superteam. Und in Wirklichkeit, wenn die spielen, Real Madrid, Barcelona... Doch nicht mit Jordan Lukaku. Oh, nee! Oh, Gott sei Dank. Musst du da jetzt hinlaufen? Wo ist der Linksverteidiger? Oh! Der muss hin... Oh, ihr Fresse. Weißt du eigentlich, dass das immer brandgefährlich ist, wenn du die... Du machst die Ecken ja immer gleich jetzt. Die von da unten ziehen sich. Ja. Und ich bin zu blöd, um das zu verteidigen. Und... Freunde! Ihr seid in einem Team! In einem Team! Ihr habt das gleiche verfickte Trigot an! So, als ob einer von euch sagt, nächstes Jahr bei Lazio Rom, ich bin dabei! Ui! Das ist das zweite Spiel hintereinander und es ist einfach... Ja, ich weiß nicht. Also, mein Bein, mein Fuß war schon am Ball, aber trotzdem... Och, Mann! Meine Güte, die haben eine Reaktionszeit, die Jungs! Und die dürfen... NANI! Jetzt mach ich doch! Die dürfen alle keine Ohren fahren, die drücken die Bremse, bis zu stehen! Alle keine Ohren! Och, ich hab da auch... Kann man das doch... NANI! Oh... Ganz ehrlich, ey... Das machen sie souverän! Dann lassen die nichts anbrennen! Oh, der ist nervös! Oder auch nicht! Oh, Herr Dott! Bitte! Hab ich dir schon vorgelegt! Also folgendes... Na, ganz ehrlich... Wir gucken uns das nochmal kurz in der Zeit über an! Was? Und ich möchte es dir kurz erklären, wo ich den Fehler finde! Du hast tot geschossen! Es ist ein Fehler! Der Fehler ist... Warte kurz! Da spielt er den an! Und er spielt nicht den an! Er spielt diesen verfickten Spieler an! Ja, aber meiner spielt ja dann nicht! Und hast du gesehen, wie er den angenommen hat und mitgenommen hat? Dass der dann überhaupt hingekommen ist! Das ist doch... Ja, aber... Aber meiner... Du hast dann... PlayStation! Sorry! Da sind wieder... Oh, Mann! Es macht keinen Sinn! Es... Es macht einfach keinen Sinn, mit diesen Spielern irgendwas zu versuchen! Über Tempo! Oh, jetzt bau ihn rein! Oh, ja! Ich kann dir jetzt schon sagen, drei Aufnahmen werden wir nicht machen! Drei Aufnahmen werden wir nicht machen! Nein! Das ist die letzte! Danach wird der Stecker da hinten wieder rausgezogen! Und dann wird die... wieder vier Wochen weggepackt! Was?! Damit die sich ein bisschen wieder... erklärt! Neu komprimiert! Also, ganz ehrlich! Was die hier rausholen, ne? Meiner! Ist doch spannend hier! 2-1! Kannst du nicht mal die drinnen! Vielleicht meckert er das auch! Mann! Ich hasse mich so sehr! Ich hasse mich so sehr, Mann! Ich bin, glaub ich, der schlechteste FIFA-Spieler, was verteidigen müsste! Oh, Mann, ey! Oh, guck mal wie blöd ich bin, Mann! Oh, Mann! Das ist doch mal der Spieler, der auf der schwarzen Liste ist! Oh, Mann! Der wird sich wieder hochgeschlafen! Was weißt du? Der Wechsel... Nein! Da müssen wir gegenpressen, da! Ja! Da müssen wir dran sein! Ja, guck mal hier! Ja, aktiv! Warum kick ich? Ich könnte die ausblenden, König! So ne Pisse! Oh, nein! Man hat den abgefickten... Ich brauch gar nicht loslaufen! Was hat der Geschwindigkeit? 60! Kann ich mal bitte erst den Zweikampf hier gewinnen? Der... Der... Der hat noch weniger! 59! Ich krieg' ihn nicht! Das ist... Die machen, was sie wollen! Das sieht doch aus! Die machen, was sie wollen? Du rübelst hier nur rum! Wo? Ja, frag mal Nadi, der gerade im 16er gelingt wurde! Ich hör' aber irgendwie keine Pfeife vom Schiedsrichter! Falsches kommt, er will lautlos spielen! Oh ja! DU BIS SO SCHLECHT! Das werd' ich nicht regulieren können! Man, da würd' ich lieber nen Chip-Lock einwechseln, als den, ey! Ganz ehrlich, jeder normale Mensch, jeder normale Mensch wär bei dieser Lauf... Geschwindigkeit, rückwärts, so wie der sich gedreht hat, umgefallen! Nur ehrlich, ehrlich! Er hat trotz den Gesetzen der Physik... Ach, der Falsche! Der Falsche! Gute Grätsche! Rübel nur! Werf da hin! Gut, nicht weglaufen! Zum Ball! Genau! Spielen ruhig! Oh, das ist so belastend, dass es hier 2-2 steht, ey! Da wieder runter! Ja, du bist gut! Ihr macht das clever! Und jetzt aus Tor! Latte! Jaaaa! Jaaaa! Du hast den Kopf! Weil das ist... Man muss auch ein bisschen ruhiger mit euch mitregen! Vielleicht klappt das dann! Einfach mal vielleicht... Vielleicht habt ihr auch Probleme in eurem Privatleben! Wer weiß! Ich kann ja nicht immer auf euch einschreien! Wer weiß, Alter! Mabe möchte ja auch geschlagen werden! Jawoll! Jawoll! Anders! Oh ja! Oh ja! Ah! Ja! Ja! Felix! Oah! Philipp Mann ist anders aus! WIER HAT DAS GEDRĄKT?! WER MACH DAS? Ach, echt nicht, nee! Ich bin an! Ja, jetzt bist du doch wieder! Du weißt der Torwart, was mir sonst immer passiert! folgendes die ich habe nicht denn ich habe den weggelegt wie kann sich ja wenn du doch auf den großen knopf in der mitte drückt ich habe ihn so weggelegt ich habe den nicht berührt ja ja hast du die fettfinger george george aus tor kommt aus dem dschungel george das war doch bei den gorillas mach jetzt hier nicht mal ich habe angst hier ja hier bitte stürmer von lazio rom machen bitte rein der dritte sieg in folge freunde es läuft gerade ist neu oder ja so sei dass wir bald die td durchbrechen haben die einen sitz in köln haben die den sitz ja da fahren wir bald noch hin wir müssen eine real life story machen ich fahre zu ea jetzt mal der psychoblick okay wir sehen uns beim nächsten mal aber die werden sich nicht freuen wenn ich da bin ne ich bin in ein paar eisenstangen schlagen die erstmal die tür ein und dann werden die jungs verdroschen weiß nicht wie man so ein schlechtes spiel und das wird jetzt jede stadt auf und das ist noch viel schlimmer dass wir uns da wirklich drauf einlassen und sagen komm hier in der pop herze wenn wir sehen wollen wie frank die leute von die elfer prügelt mindestens 50 50 likes dann fahren wir da hin das ist bei weihnachten die haben auch das geschichte und alle jahre